Sie müssen nicht auf Internet-Großkonzerne zurückgreifen, wenn Sie ein gutes Buch erwerben wollen. Die charmante Sieben-Schwaben-Buchhandlung in Türkheim ist der perfekte Ort zum ausgiebigen Schmökern. Das mit Herzblut geführte Kleinod inmitten der Altstadt wartet mit einer unvergleichlichen Atmosphäre und einem tollen Sortiment auf. Hier finden Sie vom Kinderbuch bis zum Kochbuch, vom spannenden Krimi bis zum Literaturklassiker alles, was das Herz begehrt. Nicht nur Bücherwürmer schätzen das Fachgeschäft, in dem noch echte Beratung von Mensch zu Mensch geboten wird. Der traditionsreiche Laden bietet nämlich auch Schreib- und Papierwaren sowie Schulartikel an. In puncto Lesen und Schreiben sind Sie hier also bestens rundum versorgt. Und sollte ein Buch einmal nicht lagernd sein, wird es für Sie bestellt, sodass Sie es bereits am nächsten Tag abholen können. Sieben-Schwaben-Buch mit praktischem Online-Shop Untertitelung des ZDF für funk, 2017